Hey! Hey! Woran arbeitest du da an was Interessantem? Ja, ich entwerf gerade einen neuen Algorithmus mit dem Sucher... Ich hab heute Geschlechtsverkehr. Glückwunsch, mit der rechten oder der linken Hand. Sehr witzig, weil wenn jemand uns von außen sehen könnte, würde er wohl denken, ich wäre von uns beiden der, der von irgendeinem Computermist schwafelt und du wärst der, der heute Abend ausgeht und du weißt schon, Geschlechtsverkehr hat. Wer ist denn die Glückliche? Lindsay ist die Glückliche, die Geschlechtsverkehr hat. Und es macht dir nichts aus, dass sie zu ihrem hübscheren, erfolgreicheren Freund nach Hause geht, nachdem ihr beide zusammen wart? Wieso? Ich mach doch dasselbe. Warum ist Lindsay nur mit ihm zusammen? Warum bin ich nur mit ihm zusammen? Hey, Walden! Hey! Michaela, Heidi, Sarah, das ist Walden. Er ist super heiß, super reich und super single. Das sind meine Freundinnen und wir sind alle super high! Freut mich! Hi! Schönes Haus! Ich bin sowas von dicht! Und, was habt ihr noch vor? Wir wollen Poker spielen. Machst du mit? Ja, komm, spiel mit uns! Würde uns freuen! Ich bin sowas von dicht! Wisst ihr was? Ich hab gerade ne Menge zu tun und muss früh ins Bett, aber trotzdem viel Spaß! Spielen wir das Trap-Poker! Ja! Ich erhöhe! Hey! Gut, bringen wir es hinter uns. Erzähl mir alle verstörenden Einzelheiten deines Geschlechtsverkehrs! Sie ist gar nicht aufgetaucht. Sie konnte nicht weg von Larry und ich hab die halbe Nacht auf dem Parkplatz eines 24-Stunden-Shops gewartet. Wow, endlich mal find ich ne Geschichte von dir nett. Erzähl bitte weiter! Aber das Gute war, ab 0.01 Uhr gab's die Donuts zum halben Preis. 0.19 Uhr hab ich mich mit Raoul angefreundet, der im Herrenklo wohnt. Sucht er einen Mitbewohner? Noch lachst du, aber er hat den Wickeltisch in ein Klappbett verwandelt. Tut mir leid, aber wenn ich mich recht erinnere, hast du gestern Abend noch fest geglaubt, dass du Geschlechtsverkehr hast. Aber in Wahrheit hattest du keinen Geschlechtsverkehr. Lass die jetzt auf. Erst wenn du endlich Geschlechtsverkehr hast. Im Ernst, warum machst du das? Weil ich mit Lindsay schlafen will. Aber du hast nicht mit ihr geschlafen. Am Ende hast du nur trockene Donuts gegessen und im Herrenklo mit einem Obdachlosen gesprochen. Sie waren nicht trocken und Raoul hat einen Namen. Lass dich von Lindsay nicht so behandeln, du hast was Besseres verdient. Ich weiß, Raoul hat dasselbe gesagt. Aber ich hatte ne wundervolle Nacht. Ich hab mit vier umwerfend heißen Frauen Strip-Poker gespielt. Auf der Seite war ich auch schon. Nein, das war mit Jenny und ihren Freundinnen. Warte mal, war das die Lastschrift auf meiner Karte von TexasBusen.com? Was, du spielst Strip-Poker mit meiner Nichte? Sie hat nur ausgeteilt, aber ihre Pärchen waren hübsch. Walden, Jenny gehört zur Familie. Wenn du zu weit gehst, bin ich nicht mehr dein Freund. Ich meine, ich bleibe hier wohnen, aber ich bin nicht mehr dein Freund. Entspann dich, es war ein harmloser Spaß. Hey, wer hat denn da seine Kleider wieder an? Oh, ich hatte letzte Nacht meine Kleider an. Ach, du hattest nur ne Socke an und nicht an deinem Fuß. Als hätte der Nikolaus bei Elton John zu Hause ne Socke gefüllt. Harmloser Spaß? Ja, sie hat weder Benni noch die Jets gesehen. Hey, wir gehen heute Abend wieder feiern. Willst du mitkommen? Na, gern. Cool, bis um elf dann. Was, elf Uhr? Feiern wir schon Silvester? Und vergiss deine Socke nicht. Du gehst doch nicht wirklich mit ihnen weg. Nur wegen Jenny, man hör auf damit. Ich bin nicht der Perversling, der mit einer Nichte schlafen will. Aber der Perversling, der mit ihren Freundinnen schlafen will. Das ist doch traurig. Ein 35-jähriger Mann, der mit einem Haufen geiler Mädchen feiert, die nichts wollen als Sex, Party und Saufen. Und was ich von jetzt an sage, ist sowieso für die Tonne, nicht wahr? Ganz richtig. Sowas habe ich bis jetzt noch nie erlebt. In ihrem Alter hatte ich bereits das MIT geschmissen, habe geheiratet und meine eigene Firma aufgemacht. Ich war Pizza-Fahrer und hatte ein Verhältnis mit einer Honigmelone. Oh, Gott. Ich nannte sie Melönchen. Walden? Ich bin wach. Hoch die Tassen. Machen wir Party. Was ist? Ich dachte, du gehst mit den Mädchen weg. Ja, mache ich auch. Aber erst um elf. Was? Erst neun Uhr. Wieso bin ich nur so müde? Ich habe schon zwei Nickerchen gemacht und drei Red Bull getrunken. Mein Bruder Charlie hatte einen guten Trick zum wachbleibenden Nase. Koks und zwei Nutten. Ich verzichte. Wieso nimmst du eine Tasche? Oh mein Gott, ziehst du etwa bei Raoul ein? Nein, Lindsay hatte ein schlechtes Gewissen wegen letzter Nacht. Und Larry ist auf Geschäftsreise, deshalb schenkt sie mir ein romantisches Rendezvous in einem Vier-Sterne-Hotel am Strand. Komm schon, Mann, die Frau behandelt dich wie ein Stück Fleisch. Ja, finde ich gut. Außerdem habe ich schon masturbiert, deshalb treffe ich genau den Punkt zwischen was schon fertig und genug es reicht. Genug es reicht? Keine Sorge, ich rede mit dir. Na dann viel Glück und sag, Lindsay, alles Gute von mir. Mach ich. Aber erst kriegt sie alles Gute von mir. Booyah! Hi! Oh, du hast dich entschlossen, heute Abend zu kommen. Ich weiß, entschuldige, dass ich zu spät komme. Schon gut. Deinetwegen ist die Happy Hour für mich teuer geworden. Deshalb hat eine Vier-Dollar-Frühlingsrolle nur acht Dollar gekostet. Aber ich bin jetzt hier, darauf kommt's doch an. Und du siehst heute Abend sehr gut aus. Hast du was an deiner Frisur geändert? Hör auf, mir zu schmeicheln. Du weißt, ich hab aufgegeben. Aber wir müssen reden. Ich sagte, es tut mir leid. Es geht nicht nur darum, es geht um die Heimlichkeiten, die knappen SMSen und die getrennten Rechnungen. Alan, du weißt, dass es kompliziert ist. Ich habe einen Freund. Ja, und ich habe Gefühle und verlange Respekt. Ich versteh dich. Und ich will dir das Gefühl geben, dass du für mich was Außergewöhnliches bist. Danke. Und jetzt können wir in unser Zimmer gehen und respektvoll, respektlose Sachen mit uns anstellen. Oh, da will jemand versohlt werden. Genau. Darf ich's diesmal sein? Oh, ja. Spielen ja unartiges Schulmädchen und strenger Mathelehrer. Oh, nein. Oh, doch. 138 durch 2 ist 69. Doch, doch. Stephanie Chapman, vielleicht bemerkt sie uns nicht. Lindsay, Alan. Stephanie, hi. Hi. Oh, wow. Wie gut du aussiehst. Sie einer? Sollte ich auch. Ich habe ein Magenband und habe 86 Kilo verloren. Schön für dich. Applaudieren kannst du am Ende. Das hier ist das Ende. Was macht ihr denn hier? Ach, wir... Seid ihr wieder zusammen? Nein, nein, gar nicht nur. Hast du dich von Larry getrennt? Nein, wir sind nur Freunde, Alan. Mein Hotel? Das riecht mir, als wolltet ihr's treiben. Oh, unsere Beziehung ist schon ewig zu Ende. Was du da riechst, sind Frühlingsrollen für 8 Dollar. Und was, was führt dich hierher? Oh, da drin ist ein Singletreffen und diese ehemalige Übergröße will sich einen Süßen suchen. Aber nicht zu süß, sonst wirst du rückfällig. Hast du einen Charme? Vorsichtig, fress dich noch auf. Ich schmeck's sicher nur nach Hasenfuß. Dann bring ich was Schönes zum Knabbern mit und du die Soße. Dann lass ich euch zwei Freunde mal allein. Hashtag sehr verdächtig. Es war schön, euch zu sehen. Gleichfalls, alles Gute. Ich weiß, ihr seht mich nicht gerne gehen, aber mein Gang wird euch umwerfen. Oh Gott, sowas Peinliches gibt's ja nicht nochmal. Ja, ja, sie ist furchtbar. Du musst mit ihr ausgehen. Was? Sie bricht Wonte, dass wir eine Affäre haben. Sie kauft uns nur ab, dass wir kein Pärchen sind, wenn du mit ihr ausgehst. Nicht doch. Wozu das Magenband? Hätten sie ihr lieber mal den Mund zugetackert. Genau, da liegt das Problem. Sie wird es Larry erzählen. Oh nein, nein, nein. Es muss doch was Einfacheres geben. Ich ermorde sie einfach. Ihr Grab ist nicht mehr so groß, wie es früher gewesen wäre. Ich mein's ernst. Wenn du jemals wieder mit mir schlafen willst, gehst du mit ihr aus. Wenn du drauf bestehst, auch egal. Und jetzt gehen wir nach oben. Kommt nicht in Frage. Sie ist immer noch da drüben. Ich muss jetzt nach Hause fahren. Aber, aber ich dachte, wir wollten... Mach's gut. Ich muss ja voll reich sein. Bist du auch? Ja. Wow, meine Finger glühen ja. Ich bin so reich, dass ich Regenbogenfinger habe. Hey, wie wär's, wenn wir Musik anstellen? Ja. Ja. Oh, das ist der größte Song aller Zeiten. Gordon? Jenny? Es ist drei Uhr morgens. Ich weiß und ich bin noch wach. Und ich bin sowas von dicht. Oh nein, deine Finger glühen ja gar nicht. Das kommt, weil er ein armes Schwein ist. Oh, tut mir leid, Alan. Wow. Ach, du ne weiche Haut. Hey, fühlt mal, wie weich sich Alans Haut anfühlt. Oh, ist das weich. Okay, 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 hört auf mich zu befummeln. Du darfst weitermachen. Hi, ich bin Alan. Alan, ich bin hi. Was, was läuft denn hier? Oh, Alan, wir waren auf einer Party, haben getrunken und gekifft und dann hab ich eine Pille geschluckt, die auf einer Brustwarze geklebt hat. Das war wie ein Brustwarzen-Süßstoffspender. Also dann hört mal, die Party ist zu Ende. Schlaft euch erstmal in Ruhe aus. Ja, Alan hat recht. Ziehen wir uns doch aus und gehen nackt baden. Na los! Ja, Sarah hat recht. Ab ins Meer! Ab in die Brühe! Er steigt nackt mit heißen Mädchen ins Meer und meine Freundin schläft mit einem anderen Kerl. Gib mir ein Almosengott. Ich hab dich nicht vergessen, Alan. Da ist ne frische Melone im Kühlschrank. Ach du Scheiße. Sei bitte nicht nackt. Sei bitte nicht nackt. Verdammt. 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 Wow. 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 Morgen. Wir sind ja nackt. Sind wir. Wie kommen wir denn hier rein? Ich weiß nur noch, wie ich ne Braut gefragt hab. Kann man dazu Alkohol trinken? Die Antwort hätte nein sein sollen. Okay, weil das letzte was ich noch weiß ist, du hast in den Spiegel geguckt und gesagt, kann man dazu Alkohol trinken? Keine Panik. Es ist nichts passiert. Ich bin ne Lesbe. Ah, ne Lesbe. Sehr gut. Warte mal. Wie sehr auf der Skala von 1 bis 10 1 ist? Yay, College! Oder 10 wäre von oben bis unten tätowiert auf ner Harley rumfahren. Ich bin eher ne 9. Ich mach mir meine Seife selbst, aber auch ein Kerl darf sich die Hände damit waschen. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich meine, du bist zugegeben knackiger als viele meiner Freundinnen, aber du hast ein Außendings und ich mag nur Innendings. Sehr gut. Also hatten wir keinen Sex. Ich bin volles Ruhe erleichtert. Moment, das war ne schlechte Wortwahl. Ich hab aber auch schon mit Frauen geschlafen, die in ihrem Innendings ein Außendings verstecken. Was hat das denn zu bedeuten? Keine Ahnung. Ich mein nur, es gibt alles. Oh Gott, wenn Ellen das rauskriegt, flippt er aus. Ich meine, er flippt aus, aber er zieht nicht aus. Immer mit der Ruhe. Wir wissen doch gar nicht, ob er einen Grund zum Ausflippen hätte. Hallo? Hallo. Hör auf damit. Wir müssen uns überlegen, was wir tun. Wir werden folgendes tun. Nie wieder ein Wort darüber verlieren. Das heißt, wir leugnen, dass wir jemals nackt zusammen im Bett aufgewacht sind. Ich hab ein Motto für solche Situationen. Was immer in Jenny vorgeht, ist in Jenny gut aufgehoben. Ich war ja ganz überrascht, dass du mich angerufen hast. Ähm, ich hab, ich hab deine Stimme nicht aus dem Kopf gekriegt. Das haben mir schon viele gesagt. Da geht's schon wieder los. Nein, es hat mich überrascht, weil ich das Gefühl hatte, zwischen Lindsay und dir würde definitiv was abgehen. Nein, wir sind bloß Freunde. Und, und, und nicht mal das. Sie ist ne Trinkerin. Oh, glaub mir, das weiß ich, wenn du hören könntest, wie sie freitags morgens ihre Weinflaschen in die Mülltonne schmeißt. Klirr, klirr, besoffen und bäh. Ja, und sie ist auch ne Nutte. Ich weiß nicht, warum sie dich laufen ließ. Du bist so ein toller Fang. Ähm, ich mag vielleicht so wirken, aber ich bin mehr der Fisch, den man vom Haken lässt. Aber ich würde dich nie vom Haken lassen. Wink! Oh Gott, wie süß! Danke. Ähm, du isst ja überhaupt nichts. Stehst du nicht auf Gemüse? Doch, ich liebe es, aber seit der Operation krieg ich nichts mehr runter, was größer ist als meine Faust. Aber keine Sorge, dabei geht es bloß um Lebensmittel. Wieso bist du immer noch Single? Hey. Hey. Also, hör zu. Es geht um die Sache, die nicht passiert ist. Ich weiß, wie wir rauskriegen, ob sie wirklich nicht passiert ist. Jedenfalls pinkel ich nicht auf den Test. Nein. Es gibt da eine Kamera in meinem Schlafzimmer. Und deshalb schlaf ich nicht mit Kerlen. Die hat dein Vater installiert. Und deshalb trinke ich. Also, wenn wir uns das Video ansehen würden, wüssten wir es genau, oder? Wir löschen es. Und leugnen weiterhin, dass irgendwas vorgefallen ist. Mach's an. Oh, verdammt! Ich war mir sicher, dass du sagst, lösch es. Nein, ich will's mir ansehen. Es ist, als würde ein Quarterback sich sein Spiel nochmal ansehen, nur dass der Quarterback eine Lesbe ist. Ja, und das Spiel heißt Leg einen Kerl flach. Ja, genau. Okay. Los geht's. Warte. Löschen? Nein, ich mach Popcorn. Und meine beiden Ehemänner stellten sich als schwul heraus. Aber das Verrückte ist, nach unserer Scheidung wurden beide wieder hetero. So ein Zufall. Der Abend war sehr nett. Vielen Dank. Wow, was hast du für ne kalte Hand. Komm doch rein. Ach, ich würde zu gern darauf eingehen, aber es ist schon viertel vor sieben. Und ich muss nach Hause und mich in die Kiste knallen. Oh, ich hab ja auch ne Kiste und die darfst du selbstverständlich auch knallen. Das klingt verlockend. Und ich werde mich mit Sicherheit damit arrangieren müssen, während ich mich im Kloster aufhalte. Alles klar. Ich versteh schon, du erfindest Ausflüchte, weil du immer noch an Lindsay verliebt bist. Gott nein, wir sind bloß befreundet. Und ich hab in deinem Auto nicht gefurzt. Ich versteh schon, okay? Alles klar. Ich find's nur furchtbar traurig für ihren Freund. Äh, warte. Wenn ich noch verliebt wäre in Lindsay, würde ich dann sowas tun? Wow. Das Ganze noch mal mit offenen Augen und sag meinen Namen. Stephanie? Bist du dir wirklich sicher? Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen, wenn wir's gesehen haben. Na und, im schlimmsten Fall sehen wir zwei attraktive Menschen beim Sex. Dann kann ich wenigstens sagen, wenn ich schon Sex mit einem Harper in diesem Haus hatte, dann Gott sei Dank mit dir. Oh, das fängt ja gar nicht gut an. Hör auf damit! Da hab ich also Sex mit nem Kerl im Bett meines Vaters. SMS an Dr. Freud, hm? Wir sollten es doch lieber leugnen. Warte, warte. Moment, das da bin ich nicht. Ich hab doch kein Fred Feuerstein Tattoo. Aber wenn du das nicht bist, wer ist sie dann? Du hast sie doch gejabba-dabba-dut. Ich weiß nicht, wer das ist. Gott, wie schön am Strand zu wohnen. Oh, 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 das ist Heidi. Du hast mit Heidi geschlafen. Echt? Ja, guter Start. Aber wieso lande ich dann in deinem Bett? Keine Ahnung. Warte mal, bist du das? Ja. Mit wem treibst du's denn da? Ups, ich hab Sarah umgepolt. Guter Start. Oh, wie ist das denn alles? Oh, wir haben am Strand doch ein Lagerfeuer gemacht. Klar, die italienischen Austauschstudenten. Ich habe keine Bußefahrtkarte. Sie habe keine Öschenahne. Hey, haben wir die etwas ins Haus eingeladen? Sieht ganz so aus. Mann, stapelt sich da ein Haufen Fleisch. Oh Mann, da liegt Heidi auf einem Kerl, der sieht aus wie James Franco. Das ist James Franco. Der spielt anscheinend überall mit. Warte mal, mit wem bin ich denn jetzt zugange? Oh, jetzt liegst du auf Sarah. Haha, hab sie zurückgepolt. Ah, jetzt geht's nur noch darum, wer oben liegen darf. Aber wir zwei haben... Nein, sieht nicht so aus. Ah, aber womöglich... Das ist mein Hintern. Nein, das ist mein Hintern. Hm. Ist das dein Arm? Äh, nein, das ist mein... Was machen Sie denn da? Nichts. Wir hängen ab. Okay, hören Sie. Können wir uns mal in Ruhe über unsere Orgie von letzter Nacht unterhalten? Was? Sie waren dabei? Ja, was denn sonst? Ich hab mit James Franco geschlafen. Ich bin heilfroh, dass du dich wegschleichen konntest. Ich bin dir was schuldig, weil du mit Stephanie ausgegangen bist. Ich hab's nur durchgestanden, weil ich endlich gedacht hab. Was durchgestanden? Weißt du, Stephanie, ich hab's für uns gemacht. Das heißt, ich hab sie machen lassen. Warte, warte, warte. Du hattest Sex mit ihr? Ja, das zweite Mal war nicht leicht. Oh mein Gott! Das hast du doch gewollt. Nein, du solltest mit ihr ausgehen ins Kino oder sowas. Ich hätte nie einen Film mit ihr überlebt. Das ist unglaublich. Ich verschwinde. Aber ich dachte, wir wollten... Oh nein, Gott, nein. Aber... Aber du hast doch einen Freund! Hallo, Stephanie. Juni? Ja, hier ist Alan. Es hat sich herausgestellt, dass der Arzt meinen MAT verwechselt hat. Ich habe heute Abend Zeit. Oh. Was machst du denn da, Alan? Ich bestaune dich im Morgenlicht. Oh, wie süß. Und gruselig. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal zusammen aufgewacht sind. Und nicht nur wir zwei sind aufgewacht. Kikiriki! Gruselig, wirklich. Wo willst du denn hin? Ich muss Larry vom Flughafen abholen. Aber der kann sich doch ein Taxi nehmen. Bleib hier bei mir. Ich gebe dir auch 50 Dollar fürs Fahrgeld. Schon gut, schon gut. Ich bring dich zur Tür. Nur mal eben den alten Gockel wieder in den Stall treiben. Oh. Hi. Jenny, das ist Lindsay. Sie heißt auch Lindsay. Ich heiße Leslie. Oh, was für ein hübscher Name. Diese Nacht habe ich wirklich genossen. Und ich, wie ich dir zugesehen habe, wie du sie genossen hast. Oh, wow, ein kleiner Verkehrsstau hier. Massenkarambolage hübscher Frauen auf dem Malibu Highway. Mindestens eine davon hatte einen Auffahrunfall. Entschuldigung, ihr Süßen, er gehört leider zu mir. Wir sehen uns. Bis dann. Also dann. Ruf mich an. 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 Nein, aber du stehst auf meiner To-Do-Liste. Wie wär's, wenn wir's hinten machen, hm? Wirklich? Das darf ich sonst nur, wenn du ordentlich einen Sitzen hast. Ähm, damit mein ich doch den Rücksitz. Oh, Verzeihung, aber natürlich. Hör mal, da liegt ein Haufen Zeug auf dem Rücksitz. Stopf's einfach hinten rein. Ich empfange hier viele Doppelbotschaften. Was ist denn das überhaupt? Ich bring alte Klamotten von Larry in den Spenden-Shop, wenn ich dich reingequetscht habe. Das habe ich absichtlich gesagt. Hm, das ist ja alles noch gut. Ich bring auch was in den Spenden-Shop, da kann ich das gleich mitnehmen. Ach ja? Was willst du denn wegbringen? Äh, alle meine alten Sachen, weil ich jetzt neue Klamotten habe. Guten Morgen. Guten Nachmittag. Och, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich trinke morgens. Jenny, wo siehst du dich eigentlich in fünf Jahren? In einem Strandhaus auf Hawaii mit Kate Upton. Kate Upton ist hetero. Gib mir zwei Wochen. Du bist doch wohl nicht hierher gezogen, nur um zu trinken und Partys zu feiern. Ich will ja mal Schauspielerin werden, also, äh, doch. Mal im Ernst, wie willst du deine Karriere aufbauen? Suchst du dir einen Agenten? Nimmst du Schauspielunterricht? Oh, mein Gott. Wenn ich die Augen zusammenkneife, siehst du aus wie eine hübschere Ausgabe meiner Mom. Ich will damit sagen, dass wir schon Nachmittag haben und du noch nicht eine Sache fertiggebracht hast. Ich könnte dasselbe von dir sagen. Oh, hier. Gerade habe ich für 25 Millionen eine Firma verkauft. Wirklich? Nein, ich habe eben Essen bestellt beim Inder. Aber es ist immer noch mehr, als du getan hast. Oh, Verzeihung. Was ist denn das? Oh, wow. Es ist ja wirklich ein 5000 Dollar Armani-Anzug. Wow, damit sind ja eben 5000 und drei Dollar hier reingekommen. Ein alter Anzug von Larry. Er wollte ihn spenden, aber ich habe ihn gerade noch rechtzeitig klauen können. Alan, du kommst in die Hölle. Ja, und du in den Himmel. Einen darfst du dir ja mitnehmen. Noch jemand, über den du ein Urteil fällen kannst? Ich google jetzt Kate Upton. Erst hast du Sex mit der Freundin dieses Mannes und jetzt trägst du auch noch seine Klamotten. Ja, ich weiß, ich bin fantastisch. Ich habe eine geile blonde Freundin, einen Schrank voller Designer-Klamotten und ein Strandhaus. Wo soll man da anfangen? Es ist nicht deine Freundin, es sind nicht deine Klamotten und wie oft muss ich dir das noch sagen, es handelt sich hier nicht um dein Strandhaus. Um genau zu sein, wenn man dir wegnehmen würde, was Larry oder mir gehört, würdest du allein in Unterhosen auf der Straße leben. Nein, ich wäre nackt. Bitte sag mir, du hast Larrys Unterhose an und nicht meine. Ja, es ist die von Larry. Obwohl, für meinen Stamm sitzt sie etwas stramm. König schlägt Turm. Schachmatt für Allens Penis. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal jemand gesagt hat, aber Alan Harper, du hast Besseres verdient. Ich mache das Beste aus dem, was ich habe. Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, nimmst du die Klamotten der Zitrone und schläfst mit ihrer Freundin. Wo siehst du dich und Lindsay in fünf Jahren? Nicht antworten, das ist eine Fangfrage. Ich will dir mit dieser Frage nur klar machen, du hast eine richtige Beziehung verdient. Was würdest du tun, wenn du in meinen Schuhen stecken würdest? Ich würde sie erst mal Larry wiedergeben. Und dann würde ich Lindsay sagen, dass sich die Dinge ändern müssen, dass ich mehr will. Und wenn sie mir nicht geben kann, was ich will, dann würde ich ihr auch nicht geben, was sie will. Aber du weißt schon, was sie eigentlich will. Wah, wah, wah. Das war Sex. Nein, das war traurig. Aber wenn du damit glücklich bist, lass doch alles, wie es ist. Nein, nein, du hast recht. Ich werde dir sagen, dass ich mehr will, weißt du? Und dass ich mehr bin als ein menschlicher Vibrator. Obwohl, das wäre doch voll cool. Ich frage mich, was muss die Sellerie für eine Flasche im Bett sein? Das war der Wahnsinn. Sag's deinen Freundinnen. Hast du irgendwann vibriert oder sowas? Ja, Entschuldigung, ich wollte was Neues ausprobieren. Nein, nein, was ist auch wahr, du hattest Erfolg damit. Alan Harper, Frauenbeglücker seit 2003. Da war meine Scheidung. Du bringst mich immer zum Lachen. Na, wenn das so ist, bleib bei mir für immer. Was? Komm zurück zu mir, ich will dich nur für mich. Sag doch sowas nicht. Wir haben so eine schöne Zeit zusammen. Genau, wir haben den besten Sex, ich bring dich zum Lachen. Oft zur selben Zeit sogar. Also, was kann Larry dir bieten, was ich dir nicht bieten kann? Er hat einfach das gewisse Etwas. Du würdest es verstehen, wenn du ihn kennenlernen würdest. Der kann eine andere Seite von mir befriedigen. Zeig drauf und ich vibriere. Ich weiß, es ist hart und ich weiß, dass ich eben hart sagte. Ich will dich aber öfter sehen. Okay, wie wär das? Am Dienstag und am Donnerstagabend geht Larry immer zum Spinning, dann siehst du mich öfter. Na schön. Aber ich werd nicht ewig nach deiner Pfeife tanzen. Ich habe auch meine Würde. Du wärst glaubhafter, wenn du nicht Larrys Unterhose anhättest. Ganz schlechter Witz. Das ist nämlich Waldens Unterhose. Können wir reden? Willst du faseln, brauch ich Fusel. Holst du mir noch einen? Ich werde deinen Becher füllen, aber ich fülle ihn mit Wissen, guten Gelegenheiten und Potenzial. Aber mit Berman im Becher fühle ich mich hübscher, größer und klüger. Was ist das? Ich hab einen Freund, der ist Schauspiellehrer und in einem seiner Kurse wäre noch ein Platz für dich. Wirklich? Ja, er ist einer der Besten. Sieh dir seine Empfehlungen an. Dritter urinierender Penner bei CSI und hier, zweite enthauptete Leiche bei Dexter. Das ist nicht leicht. Wieso machst du das? Weil ich dich mag. Und weil ich nicht will, dass du irgendwann merkst, du hast dein Leben verbummelt und hast nichts, was du vorweisen kannst. Ich will damit sagen, ich will nicht, dass du endest wie Alan. Ich will keine zwei Alans. Zwei Alans überlebe ich nicht. Schon gut, schon gut. Alles klar. Keine Panik. Ich gehe in den Kurs. Okay? Okay. Danke. Aber du bezahlst doch, oder? Oh, es geht schon los. Alan? Larry ist beim Spinning. Wo bleibst du? Ich schaffe es nicht. Ich glaube, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Oh nein, was hast du denn gegessen? Ich glaube, ich hatte verdorbenes Spiegelei und jetzt muss ich wie ein Igel speien. Hört sich ja furchtbar an. Dann gute Besserung. Kann ich brauchen, danke. Heute Nacht umarme ich die Toilette, aber dabei denke ich nur an dich. Bis dann. Ähm, ist das Rad noch frei? Klar, immer drauf. Toll. Zum ersten Mal dabei. Willkommen. Ich bin Larry. Ich bin Jeff. Freut mich, Jeff. Also Anfänger, hä? Naja, wie schwer kann das schon sein? Ist doch nur Fahrradfahren. Hey, ich hatte mal dieselben Schuhe. Die haben genauso ausgesehen. Die hatten sogar ein Loch an derselben Stelle. Und ich habe gerade ihre tollen Schuhe bewundert. Ist das nicht herrlich? Gebt mir die Kugel. Du kriegst es hin. Das Einzige, was ich hingekriegt habe, ist eine Blase zwischen meinem Hintern und meinen Eiern. Komm schon, Jeff. Gib nicht auf. Du schaffst es. Ich schaff's nicht. Doch, du schaffst es. Du musst nur noch ein paar Sekunden durchhalten. Ja, ich schaff's. Ich schaff's. Es funktioniert. Ich mach's mit Leidenschaft. Ich mach's mit Leidenschaft. Super. Mach mir jetzt nicht schlapp. Endspurt. Ich bin ins Licht geradelt. Es war wundervoll. Ich hab meinen Opa gesehen. Er rauchte seine Pfeife. Mit einem Duft nach Zimt und Kirschen. Komm. Runter vom Rad, Jeff. Wer ist Jeff? Du bist ja völlig fertig. Komm, trink einen Schluck Wasser. Wow, langsam. Du bist noch eingemacht. Opa, hilf mir bitte. Schon gut. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh. Hast du eine Kraft? Ich fühl mich so sicher. Das war ja viel härter, als ich dachte. Aber du hast es geschafft. Aber das hab ich nur dir zu verdanken. Gut gemacht, Larry. Donnerstag wieder? Klar doch. Jetzt weiß ich, wieso du hierher gehst. Hätte auch nichts gegen eine kleine Tour mit ihr auf meiner Lenkschlange. Sehr komisch. Aber eigentlich hab ich eine Freundin. Ich hab zwei Handtücher zu Hause. Trotzdem würde ich auch ein paar von denen mitnehmen wollen. Nein, Lindsay ist großartig. Oh, ich weiß, wie es ist, wenn man verrückt nach einer Frau ist. Für eine hätte ich töten können. Hast du schon jemanden getötet? Du hast echt ne komische Ader. Ja, ja, ja. In den 80ern bin ich sogar mal als Comedian aufgetreten. Ich hatte eine Nummer von dem Mann, der zu seiner Freundin rein will und ruft, sperr mal die Tür auf. In den 80ern? Wie alt warst du? Fünf? Wow. Er hat wirklich das gewisse Etwas. Willst du nicht rangehen? Nein, ist nur beruflich. Warte mal. Stand da nicht Billy Joel? Genau. Ich bin Agent für Musiker und will ihn haben. Aber jetzt rede ich mit dir. Ich ruf ihn zurück. Aber er ist ein Rockstar. Rockstars sind auch nur Menschen. Eine Flasche Roten, eine Flasche Weißen und sie pinkeln dir ins Koibecken. Und was machst du, Jeff? Oh, ich bin nur Chiropraktiker. Nur Chiropraktiker? Du hast heilende Hände. Weißt du, was meine Hände machen? Sie rollen Drummer auf die Seite, bevor sie an ihrem Erbrochenen ersticken. Ich bring Leute zum Furzen, wenn ich sie massiere. Gehen wir einen Smoothie trinken? Oh, ich glaube, ich muss. Ich geh dir einen aus. Rüber an die Smoothiebar mit meinem neuen Freund Larry. Ich könnte schwören, ich hatte auch dasselbe Shirt. Sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam. Man. Hey. Wow. Wo warst du denn? Auf Lance Armstrongs schwuler Halloween-Party? Sehr humorvoll. Warte, gibt's die wirklich? Bist du eingeladen? Nein, aber wo warst du? Ich war beim Spinning mit Lindsys Freund. Frage ich dich jetzt, warum, oder warte ich, bis es in den Abendnachrichten kommt? Ich wollte einfach nur rausfinden, was er hat, was ich nicht habe. Aus, äh, Selbstachtung, mentaler Gesundheit und eigenen Unterhosen? Genau das ist es. Er hat alles davon. Ich weiß genau, warum Lindsay ihn liebt. Er ist großzügig, freundlich, er bringt mit seinem Lächeln eine Saftbar zum Leuchten. Und, und der Gipfel ist, er hat mich gern. Und hat er immer noch gelächelt, als du ihm gesagt hast, dass du der Mann bist, der seine Freundin poppt? Nein, Alan poppt seine Freundin. Larrys Freund Jeff leistet ihm morgen Abend in seiner VIP-Loge Gesellschaft beim Lakers-Spiel. Äh, ich muss nur noch mein Date mit Lindsay absagen. Warte, warte, warte. Soll das etwa heißen, du verbringst den Abend lieber als Larrys Parasit? Hey. Hey, wie lief's im Schauspielkurs? Es lief gut. Wir hatten eine Improvisationsübung, wo man so tun muss, als wär man high. Da lag ich richtig. Oh, ich war im College in, äh, einem Musicalkurs. Und der Preis für den am wenigsten überraschenden Satz der Welt geht an... Alan Hopper. Ja, mach dich nur lustig, aber ich war der Star in unserer Aufführung von Cats. Und der nächste Preis für den am wenigsten überraschenden Satz der Welt. Und nur damit du's weißt, in der Campus-Zeitung stand, meine Interpretation von Rum Tum Tugger wäre schnurrig gewesen. Ich hab Cats noch nie gesehen. Du hast Cats noch nie? The Rum Tum Tugger is a curious cat. Hm. Tja, wenn schon ein Coming-out, dann mit Musik und Tanz. Wahnsinn. Da fühlt man sich echt wie ein Mann, nicht? Basketball, Cheerleader, ein spritziger Pinot Noir. Hier gibt's auch Bier im Kühlschrank. Und all das Spinning zunichte machen? Oh nein. Ein Gramm im Mund, zehn Kilo im Bund. Hattest du diese Schwul-Nummer mal im Programm? Ja, war ein Schenkelklopfer. Ich hab auch eine gute Schnorrer-Nummer. Hey, gibt's ja alles umsonst, auch die Schrimps. Klasse. Und dann würde ich noch sagen, hey, können Sie mir welche einpacken? Dann bedien dich, du schwuler Schnorrer. Ja. Hey, könnten Sie mir welche einpacken? Ja. Ich hoffe, wir landen nicht vor der Kusskamera. Man sagt, meine Küsse wären wie Pommes frites. Man kann's nicht bei einem lassen. Lindsay, was für eine Überraschung. Lindsay? Meine Pläne haben sich geändert, Liebland. Dann kann ich dir eher Jeff vorstellen. Jeff, hier, meine Freundin Lindsay. Er ist immer so albern. Komm her. Hi. Hi. Ist das etwa der Typ, von dem du mir erzählt hast? Ja, ähm, Lindsay, stimmt das? Aha. Tut mir leid, wie heißen Sie doch gleich? Das ist Jeff. Jeff Starkmann. Starkmann. Ein außergewöhnlicher Name. Das ist schwedisch. Eigentlich spricht man es so aus. Störkmön. Störkmön. Klingt fast wie ein erfundener Name, nicht? Klappe, er ist nicht erfunden. Liebling, würdest du mir meine Jacke aus dem Auto holen? Hier ist es so furchtbar kalt. Aber natürlich. Hey, ich kann dich hoffentlich allein lassen mit meiner Freundin. Aber natürlich, so wahr mein Name Jeff Starkmann ist. Was zum Teufel geht dir vor, Jeff? Willst du Larry und mich auseinanderbringen? Nein, das würde ich Larry nie antun. Und was willst du dann bitte hier? Ich wollte einfach rausfinden, was Larry hat, was ich nicht habe. Ich wollte mir von ihm was abgucken, damit du zu mir zurückkommst. Alan, ich hab schon einen Larry. Wenn du wie Larry wärst, würde ich mir einen neuen Alan suchen. Wirklich? Ja, du Idiot. Verstehst du das denn nicht? Kein Mann hat mich jemals so angetörnt wie du. Eine Gabe und ein Fluch. Halt die Klappe. Ich höre auf zu reden. Aber nicht mit Bzzz. Nicht? Hör auf. Hörst du? Ich bin immer noch sauer auf dich. Das mache ich dir nicht zum Vorwurf. Ich war sehr unartig. Vielleicht muss ich bestraft werden. Gehen wir. Wohin? Wir machen es auf der Toilette. Im Ernst? Oh ja. Die Kurskameras sind direkt dagegen. Hey. Hey. Wie lief denn der Schauspielkurs? Ich war nicht dort. Lügnerin! Ich hab mit meinem Freund geredet und er sagte, du warst gar nicht dort. Gib's einfach zu. Ist gerade geschehen. Ich weiß. Und ich war nicht darauf vorbereitet. Ich war in der ersten Stunde und die war mir zu lahm. Und trotzdem kannst du was davon lernen. Du kannst was aufschnappen. Glaubst du denn, ich hätte gesagt, oh, ich hab ne tolle Softwareidee. Ich verkauf sie morgen für eine Milliarde Dollar. Genau so war's aber. Ich hab dich gegoogelt. Aber das ist doch zweitrangig. Wär's nicht so gewesen, wäre ich bereit gewesen, dafür hart zu arbeiten. Das verstehe ich, aber das ganze Rumgesuche in meiner Vorgeschichte macht mich total verrückt. Ich wollte Schauspielerin werden, weil ich so tun wollte, als wäre ich ein anderer Mensch, aber nicht, weil ich drüber nachgrübeln wollte, welche Probleme ich mit meiner Mom habe und wie man damit fertig wird. Oder warum ich meinen Vater nicht kenne und warum ich mit 25 Jahren noch im Haus eines total Fremden im Gästezimmer wohne. Tut mir leid. Ich wollte das nicht alles aufwirbeln, ich... Und deshalb brauche ich keinen Schauspielunterricht. Weißt du was? Wenn du dir nicht selbst helfen willst, kann ich dich nicht dazu zwingen. Aber die Entscheidung, meine Kleine, die du heute triffst, wird dein ganzes Leben bestimmen und solange du bei mir unter meinem Dach lebst, wirst du... Oh Gott, erlöse mich! Ist alles in Ordnung? Ja. Weil ich in deiner Hose bloß den Schrimp spüre, den du geklaut hast. Tut mir leid, ich bin nur nervös. Kannst du jetzt oder nicht? Sieht nicht so aus, ich meine, was würde Larry sagen? Komm schon, Jeff, gib nicht auf! Was? Ich hab nichts gesagt. Du kannst, ich glaub an dich. Wusstest du das? Ich glaube, ich kann. Wirklich? Super! Mach mir jetzt nicht schlapp! Endsport! Oh, Alan! Nenn mich Jeff! Weißt du, wer ein Casting gekriegt hat? Ehrlich? Yep! Ist ja umwerfend. Erzähl mir mehr davon. Also, ich bin wieder in den Schauspielkurs gegangen. Oh, und das... Das ist ja verrückt. Das, was ich dir zu tun vorgeschlagen habe, was du aber nicht tun wolltest, war letztendlich genau das, was du hast tun sollen. Ja, nachdem etwa eine Stunde mit diesem Schauspiel-Scheiß vergangen war, musste ich was trinken. Deshalb hab ich Zuflucht in der Bar gesucht, wo ich eine Casting-Regisseurin traf. Und die war, wie ich, eine Lesbe. Und ich hatte einen Fuß drin. Und als er wieder draußen war, hatte ich ein Casting. Du musst wirklich damit aufhören. Und du musst aufhören, so hübsch zu sein, wenn du schläfst. Ja, gerade hab ich's gehört, es war gruselig. Weißt du was? Heute hab ich gar nichts vor. Ach ja? Ja, Larry wird von einem Freund vom Flughafen abgeholt. Oh, scheiße, 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 scheiße! Oh mein Gott! Oh ja, ja, Jenny, gib's mir. Es gibt's hier schon endlich. Hey. Hey, konntest du auch nicht schlafen? Wie denn? Jenny und ihre Freundin treiben's wie die Verrückten. Hast du jemals eine Frau so schreien hören? Einmal, als ich eine Frau überfahren hab. Es war, als hätte Jenny sie überfahren und wär nochmal rückwärts drüber gerollt. Und nochmal überfahren und wieder rückwärts drüber. Und dann überfahren und wieder rückwärts drüber. Ich hab acht Orgasmen gezählt, von meinem Mal ganz abgesehen. Sie ist meine Nichte. Ja, und aus Respekt vor dir hab ich nur ihrer Freundin zugehört. Ja, hab ich auch. Hey, wie wär's, wenn wir dieses Wochenende losziehen und selber Frauen zum Schreien bringen? Und, und warum schreien sie? Rennen sie vor dir weg oder rennen sie auf dich zu? Du weißt, was ich meine. Suchen wir uns ein paar Perverse. Oh, mir steht doch schon Perverse. Außerdem kann ich nicht. Meine Mama hat dieses Wochenende ein Charity-Dinner. Oh, hilft sie immer noch Affen? Ja, sie sammelt Spenden, um ihr Asyl für hilflose Kreaturen zu vergrößern, die sonst niemand will. So ähnlich wie ich für dich? Kommen da auch alleinstehende Frauen hin, die ihre opponierbaren Daumen gebrauchen wollen? Du weißt schon, die an meine Leane schaukeln, meine Banane schälen. Vielleicht gibt's ein paar, die ihre Scheiße nach dir schmeißen wollen. Klingt vielversprechend, ich kaufe ein Ticket. Wenn du 1000 Dollar dafür hast. Leiste mir 998. Hey. Hey. Das wird gehen. Du weißt ja, es heißt einmal Black und Decker, immer Black und Decker. Hey. Wo willst du denn hin in deinem Affenanzug? Benefizveranstaltung. Für Affen. Wie seh ich aus? Als würden sie oben auf ne Torte gehören. Darf ich raten, sie sind die Torte. Nein. Ich blase viel lieber die Kerze aus. Oh, hat hier jemand einen neuen Spiegel aufgehängt? Ehrlich, Börter, haben sie schon mal zwei besser aussehende Jungs gesehen? Nein. Ja. Oh, meine Verabredung. Hey. Du siehst ja umwerfend aus. Oh, siehst du gut aus, Liebling. Oh, guter Fang, Walden. Wie habt ihr zwei euch gefunden? Es war Schicksal, ich bin aus hier rausgeschossen. Jenny, meine Mom Robin. Mom, meine neue Mitbewohnerin Jenny. Oh, wie mich das freut, dass wir uns kennenlernen. Alan, bist du etwa endlich von ihr weggezogen? Nein, nein, Jenny ist meine Nichte, sie wohnt in Jacks Zimmer. Tja, ich hab meine Äffchen und du hast deins. Jetzt seh ich, warum Walden so hübsch aussieht. Oh, wie nett von Ihnen. Er ist Single, wissen Sie? Ja, ich weiß. Und Sie. Hey, also dann gehen wir doch lieber ein paar Affen retten. War das dein Ernst? Hey, auch wenn du da rausgekommen bist, darf ich wohl da rein wollen. Das soll ein Martini sein? Damit retten Sie Affen höchstens vor Trunkenheit am Steuer. Der gefällt dir. Nein, gerade hab ich mir nur vorgestellt, wie ein betrunkener Affe Auto fährt. Walden! Oh, die Frau bei deiner Mom sieht aus wie Linda Carter. Das ist Linda Carter. Wirklich? Warte, warte, ist das Wonder Woman aus dem Fernsehen? Das Juwel der Paradiesinsel? Die leuchtende Kämpferin für das Recht in Sternenbannerhort Pains? Ich nenne sie einfach Linda. Woran ging die Reinigungsquation für meinen Anzug flöten? Walden! Linda, du siehst umwerfend aus. Oh mein Gott. Als wir uns letztes Mal gesehen haben, gingst du mir kaum bis hier. Ja, ich kann mich gut erinnern an die Zeiten. Stell mich hier vor. Robin, du hast mir erzählt, wie erfolgreich er ist, aber du hast mir nicht erzählt, wie Hinreißende ist. Das erkennt nur, wer selbst hinreißend ist. Ganz und gar nicht, ich bin Alan. Hallo. Das ist Alan Harper. Er wohnt mit Walden zusammen. Oh, er freut mich, Sie kennenzulernen. Meine schwulen Fans haben mich immer am besten unterstützt. Oh nein, ich bin nicht schwul. Oh, tut mir leid. Transsexuell? Ich sag doch, die Hormone wirken nicht. Er scherzt nur, ich bin völlig hetero. Und je länger ich sie ansehe, desto heteroer werde ich. Wenn ihr uns bitte entschuldigt, ich muss eine Stiftung ins Leben rufen, um Linda vor diesem Gespräch zu retten. Es war nett, ihre Bekanntschaft zu machen. Und es war wundervoll, sie mal kennenzulernen. Sehr witzig, den hab ich ja noch nie gehört. Lass von dir hören. Ruf mich an. Was soll denn das, Mann? Entschuldigung, ich wollte nur mit meinem Mund dahin, wo Ira war. Und mich gleichzeitig für einen zauberhaften Abend bedanken. Morgen. Eins sag ich dir. Du hast mir eine Nacht geschenkt, die ich nie vergessen werde. Also das möchte ich nie wieder von dir hören. Aber die Begegnung mit Linda Carter war für mich einer der Höhepunkte meines Lebens. Ich meine, sie war mein erster Promischwarm. Ich hatte ein Foto von ihr, das war gesprenkelt wie ein Perlhuhn. Im Namen von Linda Carter und der übrigen Menschheit. Kotz. Es geht nicht darum, wie hübsch sie war. Sie war ein Multitalent. Ich meine, ich habe alle ihre Platten gehabt. Ich habe alles gesehen, was sie je gemacht hat. Wie denn? Hast du dich vielleicht vor ihrem Haus in einem Busch versteckt? Linda Carters Busch. Hey, weißt du, dass sie Single ist? Und? Und? Verkuppel mich mit ihr. Kann ich dir nicht einfach ein neues Poster schenken? Ein abwaschbares. Hör mal, hör mal. Ich bin in Linda Carter schon Zeit meines Lebens verliebt. Und weil du sie kennst und ich dich kenne, hätte ich bei ihr echte Chancen. Bestimmt ist das Schicksal. Und mein Bruder ist deshalb gestorben. Du hast gesagt, es wäre Schicksal gewesen, damit du zu dieser Espressomaschine kommst. Komm schon. Mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Ja, aber mach dir keine Hoffnung. Natürlich nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ladies und Gentlemen, willkommen auf der Tanzfläche, wo wir zum ersten Mal als Mann und Frau Mr. und Mrs. Linda Carter sehen. Okay, gut. Bis dann. Hey. War sie das? Wer? Was soll das? Oh, das ist der Wonder Woman Titelsong. Wonder Woman. Du bist ein Wunder. Wonder Woman. Kenn ich nicht. Wäre aber besser, weil's total super ist. Ich hab gerade ne Pizza bestellt. Ich hatte noch keine Gelegenheit mit ihr zu reden. Wieso? Zählt dein Wort denn gar nichts? Weißt du was? Um's mal ganz ehrlich zu sagen. Ich halte das für keine gute Idee. Was? Wieso? Was stimmt nicht mit ihr? Ist sie verrückt? Ich stehe auf verrückte. Du weißt ja, Lin, sie war voll behämmert. Nein, sie ist nicht verrückt. Was ist das Problem? Dass sie Linda Carter ist. Und? Und du? Alan Harper! Oh, ich verstehe. Du meinst, ich wäre nicht gut genug für sie. Oh, nein, das ist es nicht. Nein, nein, nein. Weiter, weiter. Nur so aus Neugier. Was denkst du denn für wen ich gut genug bin? Für'n Haufen Frauen. Nenn mir eine. Okay, wie wär's mit der Barista unten im Coffeeshop? Der geilen Blonden, Vanessa? Oh Gott, nein, nein, ich meine die andere, die da arbeitet. Die andere heißt Miguel. Nein, nein, ich meine Tracy, die mit dem braunen Haaren. Die Haare wachsen ihr unter dem Kinn. Okay, dann eben Miguel. Unfassbar, wie wenig du von mir hältst. Aber so ist es nicht. Doch, doch, weißt du was? Das ist sehr gut so. Ich weiß endlich, was er von mir hält, mein Freund. Okay, Alan. Und du solltest unser Trauzeuge werden. Er ist auch nicht gut genug für Miguel. Hey. Hey. So früh auf? Ja, direkt aus der Besucherritze. Aber scht, der Besuch schläft noch. Guten Morgen. Guten Morgen. Hey Jenny, weißt du, wie man Tränenflecken aus Kissen rausbekommt? Mit noch mehr Tränen, jedenfalls nicht. Hab's versucht. Hast du mal was draufgesprüht, was verzweifelter Schrei nach Zuwendung heißt? Willst du einen Kaffee? Oh ja, vielen Dank. Oh Walden, haben wir vielleicht noch hässlicheren Kaffee, der ein bisschen besser zu mir passt? Okay. Alan, du machst dich lächerlich. Hey, es trifft den Nagel auf den Kopf, dass ich deinetwegen Linda Carter niemals nageln kann. Und jetzt entschuldige mich, ich frühstücke allein in meinem Zimmer. Was hat Tante Alan denn? Sie schmollt, weil ich sie nicht mit Linda Carter verkuppeln will. Wieso denn nicht? Weil es Linda Carter ist. Verstehe. Und wer ist Linda Carter? Linda Carter ist eine Schauspielerin. Und die musst du mit Vor- und Nachnamen ansprechen? Das muss ich nicht. Das macht man, wenn jemand zu einer Ikone geworden ist. Und warum willst du Alan nicht mit der verkuppeln? Er spielt nicht in ihrer Liga. In welcher Liga ist sie denn? Unter anderem in der Gerechtigkeitsliga. Ich hab keine Ahnung, wovon du da faselst, aber lass mich dir ne einfache Frage stellen. Ist Alan gut genug, um dein Freund zu sein? Aber ja. Warum ist er denn nicht gut genug für sie? Also, das ist unfair. Ich kenne eine ganze Menge Frauen, für die Alan nicht gut genug ist. Kann die Frau nicht selbst entscheiden, wer gut genug für sie ist und wer nicht? Das ist ein Argument. Hey, warte, ist das Linda Carter? Aha. Ja, Alan ist nicht gut genug für sie. Alan? Ja? Hast du was an? Nichts, was gut genug für dich wäre. Ich komm rein. Was willst du? Falls du Selbstachtung suchst, hier gibt's keine. Ich hab mich geirrt. Es ist nicht meine Sache, welche Frau für dich geeignet ist und welche nicht. Lass nur, ich hab gerade eine Liste angefertigt, wer für dich nicht geeignet ist. Nummer eins, jeder mit einem Herz. Okay, das hab ich verdient. Und Nummer zwei, Elton John, weil er einen Song über dich schreiben würde, Goodbye, du verfluchter Verräter. Okay, wenn du mich lässt, werd ich's wieder gut machen. Ich hab eben meine Mutter und Linda für morgen Abend hierher zum Essen eingeladen. Du kannst sie also selbst fragen, ob sie mit dir ausgeht. Ich schwör dir, wenn du mich veralberst, pack ich meine Sachen und du siehst mich nie wieder. Hab dich veralbert. Ich dich auch. Das machst du doch nicht aus Mitleid, oder? Wehe, du antwortest. Bist ein guter Freund. Du auch. Und nochmal, tut mir leid. Danke. Oh, und, 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 noch ein kleiner Tipp. Wenn Linda hier ist, nimm dich nicht wie ein durchgedrehter Fan. Alles klar. Nein, im Ernst. Wenn du bei ihr landen willst, musst du sie behandeln wie einen normalen Menschen. Und, und, tu so, als wärst du selbst auch einer. Kein Problem. Wir sehen uns morgen. Also dann, ich verschwinde. Das Essen ist im Ofen und der Wein ist gekühlt. Oh, vielen Dank. Nein, ich hab von meinem Haus geredet. Oh, oh, bevor Sie gehen, wo ist meine Schokoladenseite? Was? Ich will wissen, wo ich beim Essen sitze. Linda soll meine beste Seite sehen. In Ordnung. Drehen Sie sich mal links rum. Okay. Und jetzt nach rechts. In Ordnung. Umdrehen. Perfekt. Wer hat sie so verletzt, Berta? Oh, nur für den Fall. Oh Gott, brennt das? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst dich benehmen wie ein normales? Aller Mensch? Mein kleiner Alan hat Minzspray im Auge, wie soll das gehen? Am besten, ich frag gar nicht. Oh, ihr beiden seht ja zauberhaft aus. Oh, wie schön, dich wiederzusehen, Walden. Und vergessen Sie mich nicht. Oh, Sie hab ich nicht vergessen, keine Sorge. Okay, Sie können mich wieder loslassen. Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Wow, das Haus ist ja wundervoll. Danke. Du als Single in einem Strandhaus musst ja der Schwarm aller Frauen sein. Ich kann nicht klagen, aber der Junge hier ist der wahre Charmeur. Blinzel zweimal, wenn du hier gefangen gehalten wirst. Schon richtig. In meiner Jugend war ich ein ziemlicher Lausebengel, ein schwerer Nöter, ein Rumtreiber. Äh, ein, ein Rumtreiber? Und so weiter. Ja, aber das war in deiner Vergangenheit. Du bist inzwischen ein ganz normaler Mensch, oder? Ja, genau. Ich bin nur ein normaler Junge, der sich nach Liebe sehnt. Wie in dem Lied Crazy Little Thing Called Love. Crazy Little Thing Called Love. Was höre ich denn da? Ist das die liebliche Stimme der dreifach gefährlichen Linda Carter? Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin. Oh, wie kriegt sie etwa nach Pfefferminz? Ja, und der Duft kommt nicht aus meinem Mund. Oh, äh, würden Sie bitte schreiben, von Wonder Woman für einen super Mann. Wie wäre es mit besten Wünschen? Klappt auch. Ich wette, Sie könnten einen Haufen Geld verdienen, wenn Sie Autogramme geben bei Fantreffen oder so. Ich mach mir nicht viel aus Reisen. Ganz zu schweigen von den Irren, die man da trifft. Damit hab ich Erfahrung. Ich kenn viele von denen aus den Wonder Woman Fanforen. Freaks. Alan, ich bin sicher, Linda ist nicht wegen einer Autogrammstunde hier. Oh, aber natürlich, Verzeihung, der Fan ist mit mir durchgegangen. Na, schon in Ordnung, man kann sich gar nicht vorstellen, wie oft ich in solche Gespräche verwickelt werde. Verwickelt oder mit einem Lasso reingezogen? Oh Gott, jetzt fesselt er sie und wirft sie in einen Van. Nein, nein, das ist ein Original-Wonder Woman-Lasso der Wahrheit. 88 auf der Comic-Con gekauft. Damals, als noch normale Menschen hingingen. Jeder, der mit dem Lasso gefesselt ist, muss die Wahrheit sagen. Ist das der schönste Abend meines Lebens? Er ist es! Bist du völlig taub für dezente Hinweise? Du bist es! Oh, oh, würde es Ihnen was ausmachen, damit zu posieren? Ich möchte ein Foto machen. Alan, es reicht. Nein, es ist okay. Machen wir das Foto. Wunderbar. Oh Mist, der Speicher ist voll. Ich muss kurz was löschen. Leib wohl, Jake. Leib wohl, Jake. Oh Kitty, du wirst nicht gelöscht. Leib wohl, Jake. Linda, würdest du... Kommt bald wieder. Es läuft gut, he? Ich hab Affen, die sind klüger als du. Tut mir leid um den Abend. Oh, schon okay. Er ist harmlos. Er ist doch harmlos, oder? Ja, er ist harmlos. Ahnungslos, heimatlos. Bei ihm ist ziemlich viel los. Und trotzdem bin ich froh, dass ich hier bin, weil es schön ist, dich wiederzusehen. Ja, danke gleichfalls. Und du siehst umwerfend aus. Oder, sollte ich sagen, wonderful. Siehst du, wenn du es machst, ist es süß. Oh, Jenny, das ist Linda Carter. Linda, leck mich, Carter. Freut mich sehr. Jenny ist Allens Nichte. Aber das mach ich dir nicht zum Vorwurf. Wundervoll und witzig. Wie nett von Ihnen. Oh, ich bin noch viel netter, wenn Sie wollen. Oder weniger, wenn Sie darauf stehen. Tragen Sie immer noch gerne Handschellen. Okay, alles klar. Ähm, Jenny, liegt dein Schlafzimmer nicht in der Richtung? Jetzt wissen Sie wo. Na also, ich hab's doch gesagt, Schwule und Lesben lieben mich. Hör zu, ich, 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 ich muss dich das fragen. Hat Ellen eine Chance bei dir? Dieser Ellen? Du weißt doch, ich bin Linda, leck mich, Carter, oder? Okay, okay. Gefragt und beantwortet. Mir scheint, hier im Haus will jeder mit mir zusammen sein, bis auf den, mit dem ich zusammen sein will. Ja. Warte mal, was? Okay, ich bin bereit für... Verrat! Alter, ist das dein Ernst? Kein Wunder, dass du mit hier raus... Oh, verdammt noch mal, jetzt hab ich Wunder gesagt und nicht Wunder. Das ist nicht, was du denkst. Ach, wirklich? Ich denke nämlich, du küsst Linda Carter. Was ist denn hier los? Ich sag dir, was hier los ist. Dein Sohn, mein Ex-Freund und noch Mitbewohner hat mich eben betrogen. Ellen, du machst dich lächerlich. Ach, wirklich? Okay, ich mach das nicht mit. Ach, wirklich? Das reicht! Das wird nicht gut enden! Morgen. Morgen. Hör zu, gestern Abend das war... Lass einfach stecken. Verständlich. Tut mir aber wirklich leid, ich... Lass gut sein. Das Leben geht weiter. Ich weiß, dass du Minnie absichtlich wehtun würdest. Vergessen wir's. Man, 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 man. Danke. Wow, die ist süß. Da hast du recht. Sie wird ganz feucht im Bett. Leider nur, weil sie sabbert. Die auch? Ich wusste gar nicht, dass sie eine Lesbe ist. Bis letzten Donnerstag wusste sie's auch nicht. Du bist so eine Art lesbischer Zombie. Du infizierst alle Frauen in Malibu. Ha! Find ich gut. Will haben Vagina! Will haben Vagina! Das klingt wie ein verzweifelter Hilferuf, den Ellen twittern könnte. Wann hast du gewusst, dass du eine Lesbe bist? Halt, was höre ich denn da? War das die Tür von dem Schrank, aus dem du endlich rauskommst? Glaub mir, wenn ich schwul wäre, wüsstest du's als Erster. Ich glaub, es war in der Highschool, als es mir klar geworden ist. Ich war auf einer Pyjama-Party von einer Freundin. Wir haben darüber geredet, wie es wäre, einen Jung zu küssen und wer am besten küssen kann. Und daher hab ich mit meiner Freundin Kimberly, die ein Cheerleader war, beschlossen, es gemeinsam auszuprobieren. Ein Cheerleader? Lass die Frau doch ausreden. Kimberly war so geil. Ich weiß immer noch, wie wahnsinnig weich ihre Lippen waren, als sie mit ihrer Hand unter mein Hemd fuhr und nicht aufhörte, mich von oben bis unten zu küssen. War bestimmt seltsam und verwirrend für dich. Bitte red weiter. Sie schloss die Lippen, öffnete die Lippen und dann krümmte sie den Rücken. Und ich weiß noch, wie ich ihr ins Ohr flüsterte. Oh, mein Gott. Kimberly. Charlie, ich werd verrückt, weil diese zwei Idioten wirklich glauben, was ich ihnen da auftische. Und wie ging's ver... Oh, verdammt. Das ist gar nicht so kompliziert, wenn du zum ersten Mal masturbierst und denkst dabei an die Sportlehrerin, weißt du Bescheid. Oh, mein Gott, ich bin lesbisch. Wir sollten mit Frauen trinken, die keine Lesben sind. Oder mit uns verbannt. Wie wär's mit der? Danke. Ich glaube, die sprech ich mal an. Also, ich glaube, Jenny hat mich gemeint. Merk wirklich? Und das glaubst du, weil du reich bist und gut aussiehst? Aber nein, ich meinte klug und charmant. Aber wenn man alle Zutaten gut verrührt, kommt dabei ein Kuchen raus, von dem jede Frau gerne naschen will. Dein leckerer Kuchen, mein Freund, ist nichts gegen mein System. Halt, warte, es ist doch kein System, wenn man in den Kleinanzeigen nach Nutten sucht. Das ist nicht mein System, das ist mein Plan B. Mein System beruht auf den drei Bs. Begrüßen, bewundern und beweinen. Das klappt immer. Okay, hi, mein Name ist Alan. Ihre Bluse ist ja bezaubernd. Meine verstorbene Frau ist in so einer beerdigt worden. Mein System ist viel einfacher. Ich warte, bis du ausgeredet hast und dann nehme ich sie mit zu mir. Oh, große Worte von einem Mann, der allein und einsam neben mir sitzt. Na schön, sehen wir doch mal, wen von uns beiden sie lieber mag. Oh mein Gott, vor der ist ja keine sicher. Sag mal, hältst du es für möglich, dass alle Frauen potenzielle Lesben sind? Meine 30 Jahre Masturbation zu Pornos sagen ja. Du prallst wirklich mehr mit deinen Masturbationsfähigkeiten als jeder Mann, den ich kenne. Ich pralle nicht, es ist wahr. Oh, Alpha Bravo, zwei Maschinen auf sechs. Was redest du da? Oh mein Gott, hast du einen Schlaganfall? Das ist Fliegersprache, ich bin dein Flügelmann. Das heißt, zwei hübsche Mädchen sind eben reingekommen. Warum sagst du da nicht, zwei hübsche Mädchen sind eben reingekommen? Roger. Hör auf damit. Over and out. Wow, die sind süß. Ja, wie machen wir es? Wie wäre es mit, hey, die Plätze sind zwar besetzt, aber unsere Gesichter nicht. Wie wäre es mit, ich bin Walden und das ist mein stummer Freund Alan. Na schön, wenn du glaubst, du hast so tolle Chancen, mach dich ran, Mister. Ich bin mir zu gut für Kleinanzeigen und Masturbation. Hi. Hey. Mehr kann ich nicht. Ladies, wissen Sie, wie viel ein Eisbär wiegt? Keine Ahnung. Genug, um das Eis zu brechen. Ich bin Dr. Alan Harper. Googlen Sie meinen Partner Walden Schmidt, der ist superreich. Sie können mich auch googeln, wenn Sie meinen Busen sehen wollen. Und wenn Sie das hier machen auch. Hi. Sehen Sie noch mal rein, sagen Sie diesmal aber dazu, was reimt sich auf Fritten. Hm. Was reimt sich auf Fritten? Alles klar. Weil sich Tick nämlich auf Fritten reimt, ist ja ein super Witz. Ich muss mich für meinen Freund entschuldigen. Warden. Jill. Und Alan, was bist du für ein Arzt? Ich bin Chiropraktiker, aber vor allem bin ich Hirnchirurg. Und was macht ihr beiden so? Wir sind Prinzessinnen in einem Freizeitpark. Ach, wirklich? Ja, ich spiele die Cinderella und sie die kleine Meerjungfrau. Oh, das ist bestimmt kein Zufall, weil sie das Herz meines Freundes im Sturm erobert haben. Und sie habe ich schon fast geangelt. Oh mein Gott, ist ja umwerfend, weil ich Fische bin. Die Antwort auf die Frage, die Sie nicht stellen, ist, weil ich neben ihr smarter wirke. Und die Antwort auf die Frage, die Sie nicht stellen, ist, weil er sich weigert auszuziehen. Morgen. Oh hey, wie gut war denn deine Nacht? Die war traumhaft. Die Girls wussten nicht, wie ihnen geschieht. Was haben Sie benutzt? Chloroform oder ein Taser? Zu Ihrer Information, Walden und ich haben heute Abend Dates mit zwei Freizeitparkprinzessinnen. Meine ist Cinderella. Wie passend für Sie. Eine Bilderbuchschönheit. Und ich habe die kleine Meerjungfrau. Wie passend für Sie. Sie hat keine Beine zum Wegrennen. Meinst du wasch? Ich werde meiner kleinen Meerjungfrau heute Abend meinen Fischschwanz zeigen. Wie meinst du das? Ich geh mit dir ins Bett. Ohne ihn vorher zu waschen. Hey Jungs. Hey. Das ist Maria. Maria, Walden und Alan. Deine Eltern sind schwul? Das hast du mir gar nicht erzählt. Ach nein? Dad und Mom. Hi. Freut mich. Also ich fahre jetzt. Du wirst mich doch hoffentlich anrufen, oder? Ach, aber sicher. Wirklich? Natürlich. Vor meinen Eltern würde ich dich doch niemals belügen. Bis dann. War sehr nett. Lass mal von dir hören, Schatz. Das war doch nicht die, die du gestern in der Bar abgeschleppt hast. Nein, die hat für mich und die, die ich gestern Abend in der Bar abgeschleppt habe, die Pizza geliefert. Und hast du ihr trotzdem Trinkgeld gegeben? Nein, sie ist erst nach über einer halben Stunde gekommen. Wow. Modepolizei, fahren Sie rechts ran. Was? Ich habe sie angehalten, weil ich glaube, dass ihr Stil überholt ist. Dir gefällt der Pullover nicht? Ich finde ihn gut. Haben Sie getrunken, Sir? Und das von einem Mann, der aussieht, als wäre er ein verunglückter Zebrastreifel. Lindsay. Hi, Erlen. Haben wir heute etwa was geplant? Nein, ich war gerade in der Gegend und dachte, ich überraschte dich mit einem Schäferstündchen. Oh, wow. Und normalerweise wäre das auch entzückend, aber... Du hast dich parfümiert und dein einziges gutes Hemd an. Du hast ein Date. Oh, das würde ich nicht Date nennen. Walden hat Bekanntschaften mit einer Frau gemacht und die hat eine Freundin und die ist hässlich wie die Nacht. Stell dir eine Frau vor, die mit Hässlichkeit geschlagen ist. Und stell dir vor, man würde ein Haus bauen, das noch viel hässlicher wäre und sie würde an dem Haus vorbeigehen, dann würde das Haus sie hässlich nennen. Alan, ganz ruhig, du darfst dir doch eine Freundin zulegen. Ach, wirklich? Natürlich, ich habe doch auch einen Freund. Oh, Gott sei Dank, die Frau ist nämlich siedend heiß. Aber nicht so heiß wie du, mehr jugendlich heiß. Dafür warst du viel länger heiß. Ich fahr mal. Kommst du damit auch wirklich zurecht? Aber klar doch, amüsier dich. Oh, das ist meine gute alte Lindsay. Nein, meine Junge. Woo, woo, woo. Die Idiotenpolizei, fahren Sie sofort rechts ran. Gott, ist das schön hier draußen, wie die Sterne funkeln. Ja, hier draußen viel mehr als in der Stadt im Smog. Deshalb ist der Gürtel des Orion so wundervoll klar. Ja, und wer genau hinguckt, sieht unterhalb seines Gürtels einen kleinen Bär. Du alter Dreckskerl. Magst du Astronomie? Ich mag die Sterne, seitdem ich im Space Camp war. Um dieselbe Zeit habe ich mich dran gewöhnt, dass mir in der Schule in den Hintern getreten wurde. Es war immer mein größter Wunsch, ins Space Camp zu gehen. Nerd. Ich höre lieber Freak. Und du, Lori, magst du auch Astronomie? Ja, ich bin Jungfrau. Aber nicht in echt. Passt. Beides sehr gut zu mir. Aber wie bist du überhaupt Prinzessin geworden? Das werde ich oft gefragt. Aber ich bin keine echte Prinzessin. Und ich habe auch keine echt roten Haare. Das wirst du nachher sehen. Eine Prinzessin zu spielen muss doch schön sein. Ja, normalerweise schon. Aber die perversen Väter finden wir nicht so toll, wenn sie uns begrapschen wollen. Neulich habe ich gesagt, mach das nie wieder, sonst zeige ich dir, wo mein gläserner Schuh noch hinpasst. Ist es pervers, dass mich das antörnt? Ist es pervers, dass das meine Absicht war? Oh, hey, wollt ihr noch ein Glas Champagner? Oh, ich will. Ich liebe Champagner. Und Möpse. Wie heißt das Zauberwort? Oh, Busen. Die Kinder sind bestimmt verrückt nach Ihnen. Oh. Jill gefällt mir gut. Sie ist hübsch, sie ist witzig, sie ist klug. Lori gefällt mir auch. Sie ist hübsch, sie ist witzig, sie ist bescheuert. Und, äh... Wie gehen wir vor? Ich nehme Jill mit in mein Schlafzimmer und zeige ihr mein Teleskop. Aber ich habe nichts in meinem Zimmer, um es Lori zu zeigen. Doch, hast du. Du hast eine Couch, die sich in ein Bett verwandelt. Sie wird die Fassung verlieren. Mach die Augen auf. Oh, mein Gott. Wohin ist denn die Couch verschwunden? Ein Magier darf nie seinen Trick verraten. Ich verliere die Fassung. Und mit meinem nächsten Zaubertrick werde ich meinen Penis verschwinden lassen. Wer aus dem Publikum meldet sich freiwillig? Oh, bitte, ich, ich? Entschuldige. Ach, meine Mom. Oh, kein Problem. Ich führe schon mein Kondom ein. Das macht man... Super. Lindsay? Aaron, wie schön, dass du anrufst. Du hast mich doch angerufen. Sehr gut, ich wollte dich gerade anrufen. Lindsay, du hast getrunken. Alan, du bist langweilig. Okay, ich muss los. Warte. Nur noch eins. Ich habe doch gesagt, ich fände es okay, wenn du eine Freundin hast. Aha. Das war gelogen. Gelogen? Bereit für deinen nächsten Trick? Ich rufe zurück, ich... ...fahre gerade in einen Tunnel. Na, was hältst du von deinem Prinzesschen? Das Blut steigt mir zu Kopf und noch woanders hin. Dann wollen wir unserer Geschichte mal ein schönes Happy End bereiten. Halt mal kurz, ähm... Oh, oh, ähm... So war das nicht gemeint, aber... Aber Daumen hoch! Oh, oh! Das war bildhaft gemeint mit dem Daumen hoch und... Und du arbeitest mit Kindern? Alles in Ordnung? Ja, ja, könntest du einen Augenblick warten? Ich gehe mich frisch machen. Aber das Badezimmer ist da. Ja, nein, ich muss... ...pupsen. Sieh dir den mal an. Das ist doch der Moderator von Survivor. Ja, Jeff Probst. Der ist ja ganz nackt und... ...brett Speck. Ja, macht er jeden Abend. Wahrscheinlich ist er ein Speckfetischist oder sowas. Und warum beobachtest du ihn? Weil's nicht viel im Fernsehen gibt. Und was noch viel wichtiger ist, ...er legt's drauf an, glaub ich. Vielleicht gibt's ja für dich was Besseres, ...was du dir ansehen kannst. Maldon! Maldon! Ich weiß, Probst brät wieder. Nein, nein. Es ist ein Notfall. Tut mir leid, ich komme gleich wieder. Was ist? Lindsay hat mich angerufen. Oh mein Gott. Ja? Warum hast du das nicht sofort gesagt? Tut mir leid. Sie findet's nicht mehr okay, wenn ich eine Freundin habe. Sie hat doch selbst einen Freund. Was sie mit dir macht, ist doch total unfair. Was mach ich jetzt? Du machst, wovon jeder Junge in Amerika träumt. Du gehst runter und vögelst die kleine Meerjungfrau. Du hast recht. Der Busch in der Hand und so. Ich würde ja sagen, Vögel sieht dumm und dämlich, ...aber das hat schon jemand vor dir gemacht. Na toll. Hi, Lindsay. Nein, nein, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich hab sie nach Hause geschickt. Du hast mir eine Überraschung vor die Tür gelegt? Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Überraschung! Lindsay? Ich hab dir dein Date kaputt gemacht. Entschuldige. Deshalb will ich's wieder gut machen. Alan, wo bist du? Wer ist das? Ach, nur eine Fernsehserie, die gerade läuft. Die heißt, äh, Alan, wo bist du? Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, aber ich fürchte, wir müssen's verschieben. Bis bald also. Hast du ausgepupst? Wer ist denn das? Oh, tut mir leid. Ist das deine Mom? Das war dein Turnusurteil, du Crackfutter. Und halt, 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 langsam, langsam, langsam. Du hast doch gesagt, du hast das Flittchen weggeschickt. Woher weiß sie, dass ich ein Flittchen bin? Das ist ein klassisches Missverständnis. Fast wie in einer schlechten Episode von Alan, wo bist du? Du hast mich angelogen. Ich wollte sie gerade eben rauswerfen. Du wolltest mich eben rauswerfen? Wollte ich nicht. Wollte ich. Wollte ich nicht. Was ist denn hier los? Alans Mom hält mich für ein Flittchen. Alan hintergeht mich. Aber du hast doch einen Freund. Und wer ist denn hier das Flittchen? So. Okay, vielleicht packen wir lieber unsere Sachen und fahren. Nein, 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 packt nicht eure Sachen. Ich stehe auf eure Sachen. Ich habe sie noch nicht mal gesehen. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich fahren. Alan, mach irgendwas. Okay, wir machen es so. Wir werden... Wir haben Vagina. Morgen. Hey. Tut mir leid, dass ich euch letzte Nacht ins Wohnzimmer gekotzt habe. Was? Ich habe anscheinend etwas zu viel getrunken. Das war es nicht du, das war Lindsay. Oh, ein Glück. Ich habe schon gedacht, ich hätte ein Alkoholproblem. Morgen. Morgen. Entschuldige nochmal wegen letzter Nacht. Weißt du, ich mochte Jill wirklich. Ich bin nicht daran schuld. Doch, bist du. Dein Beziehungshin und Her, mal keine Beziehung, mal eine Beziehung mit Lindsay ist echt lächerlich. Und jetzt ziehst du mich mit rein. Du schuldest mir eine Prinzessin und einen Wohnzimmerteppich. Was ist denn passiert? Ich sag dir, was passiert ist. Gar nichts. Der Einzige, der letzte Nacht heißen Sex hatte, war dieser Freund von Lindsay. Naja, ähm... Du auch von mir aus. Also... Oh, verdammt! Können wir reden, Lindsay? Klar, ich muss mich alle 20 Minuten übergeben, also hast du 8 Minuten. Es tut mir wirklich leid wegen letzter Nacht. Alan, bitte entschuldige. Ich war völlig von der Rolle, weil ich dich mir mit einer anderen vorgestellt habe und wurde total eifersüchtig. Ist das nicht verrückt? Nur deinetwegen. Autsch. Da war ein Hufeisen in dem Samthandschuh. Du... Ähm... Hör zu. Ich will mit dir zusammen sein und diese ganze Sache mit dir und mir und Larry... Das klappt nicht mehr. Und was heißt das? Für mich heißt das entweder er oder ich. Aber Alan, ich... Ich kann mich nicht so einfach entscheiden. Das hast du doch schon. Leb wohl, Lindsay. Alan, warte. Ja? Ich entscheide mich für dich. Wirklich? Ja. Ach, du machst mich so glücklich. Du machst mich auch glücklich. Dann machst du mit Larry Schluss? Ja. Oh, wie schön. Wie gut, dich wieder in meinen Armen zu spüren. Ja. Warte. Das ist ja ganz so wie in alten Zeiten. Wow. Ja. Wow. Das war... Langweilig. Und wie. Was fehlt uns denn? Larry. Als es verboten war, hat's mich viel mehr angetan. Allerdings. Ob Larry dich wieder zurücknimmt? Ich hab's ihm noch nicht gesagt. Raffiniert. Hey. Jetzt, wo wir wissen, dass du Larry noch auf dem Schirm hast, wollen wir nochmal? Okay. Aber diesmal täusche ich meinen Orgasmus nicht mehr vor. Oh, dann mach ich's auch nicht. Walden. Könnten Sie mir behilflich sein? Eine wunderhübsche Frau ist gestern Abend aus meinem Haus geflohen und das Einzige, woran ich sie erkennen könnte, ist dieser Schuh, den sie verloren hat. Oh, wie nett von dir. Aber im Moment ist das nicht gerade passend. Wieso? Ist das... Riecht's hier nach Speck? Geh jetzt lieber. Alles in Ordnung, Babe? Es dauert nur einen Moment. Hi. Der Speck ist fertig. Tut mir leid. Du sollst in der Hölle schmoren probst. Das war's.